Die Frage nach der Haftung im Baurecht ist von zentraler Bedeutung für alle am Bauprozess Beteiligten. Wir schauen uns die wichtigsten Punkte dazu an. Für mehr Videos rund um das Bauwesen abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Im bürgerlichen Gesetzbuch sind die grundlegenden haftungsrechtlichen Bestimmungen für das Bauwesen verankert. Diese Gesetze legen die rechtlichen Grundlagen für die Verantwortlichkeiten der am Baubeteiligten fest und regeln die Haftung im Falle von Vertragsverletzungen oder Schäden. Das BGB enthält allgemeine Haftungsgrundsätze, die für sämtliche Rechtsverhältnisse gelten. Dazu gehören insbesondere die Vertrags- und Deliktshaftung. Unter der Vertragshaftung ist die Pflichtverletzung aus einem geschlossenen Vertrag zu verstehen, während die Deliktshaftung auf rechtswidrigem Verhalten beruht. Das keinen Vertragsbezug hat. Im Baurecht kommen diese Haftungsgrundsätze besonders zum Tragen, da zahlreiche Verträge zwischen den am Bau beteiligten Parteien geschlossen werden. Hierbei tragen sowohl die Auftraggeber als auch der Auftragnehmer bestimmte Pflichten und Verantwortlichkeiten, die im Falle einer Vertragsverletzung haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Der Auftraggeber ist beispielsweise dazu verpflichtet, die vereinbarten Zahlungen rechtzeitig zu leisten und die erforderlichen Genehmigungen bereitzustellen. Der Auftragnehmer wiederum muss die vereinbarten Leistungen in der vereinbarten Qualität und innerhalb der vereinbarten Frist erbringen. Verletzungen dieser Pflichten können zu Schadensersatzforderungen oder anderen rechtlichen Konsequenzen führen. Das Baurecht enthält zudem besondere haftungsrechtliche Regelungen, die auf die spezifischen Gegebenheiten des Baugewerbs zugeschnitten sind. Hierzu gehören beispielsweise die Vorschriften zur Gewährleistung von Bauwerken, die eine besondere Bedeutung für die Haftung im Baurecht haben. Die Kenntnis der haftungsrechtlichen Bestimmungen im bürgerlichen Gesetzbuch ist für alle am Bau Beteiligten unerlässlich, um ihre Rechte und Pflichten zu kennen und rechtliche Konflikte zu vermeiden. Es können auch die Haftungsgrundsätze nach VUB gelten. Diese müssen jedoch vertraglich festgelegt werden. Darauf werde ich aber in diesem Video nicht weiter eingehen. Dazu werde ich noch ein separates Video gestalten. Die Haftung des Bauunternehmers ist von entscheidender Bedeutung im Baurecht und umfasst verschiedene Aspekte seiner Tätigkeit während eines Bauprojekts. Diese Verantwortlichkeiten erstrecken sich über die Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen, die Gewährleistung der Qualität der Bauarbeiten bis hin zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit auf der Baustelle. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die im Bauvertrag festgelegten Leistungen termingerecht und in der vereinbarten Qualität zu erbringen. Er trägt die Verantwortung dafür, dass die ausgeführten Arbeiten den vertraglichen Vorgaben entsprechen und den anerkannten Regeln der Technik genügen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Werkvertragsrechts ist der Bauunternehmer verpflichtet, für die Mängelfreiheit der erbrachten Bauleistungen einzustehen. Diese Gewährleistungspflicht erstreckt sich über einen bestimmten Zeitraum, in dem der Bauunternehmer für die Beseitigung von Mängeln haftet. Der Bauunternehmer trägt auch Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter auf der Baustelle, gemäß den geltenden Arbeitsschutzvorschriften. Er ist verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden und die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen sicherzustellen. In einigen Fällen kann der Bauunternehmer auch für Planungsfehler haftbar gemacht werden, insbesondere wenn er selbst an der Planung beteiligt ist oder wenn er bei der Ausführung der Bauarbeiten auf offensichtliche Planungsfehler hinweisen muss. In solchen Fällen kann der Bauunternehmer zur Verantwortung gezogen werden, wenn Mängel oder Schäden auftreten. Die genaue Kenntnis der rechtlichen Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen ist für Bauunternehmer unerlässlich, um potenzielle Risiken zu erkennen, rechtliche Konflikte zu vermeiden und eine erfolgreiche Durchführung von Bauprojekten zu gewährleisten. Die Haftung des Bauherrn umfasst eine Vielzahl von rechtlichen Verantwortlichkeiten und Pflichten während eines Bauprojekts. Als Bauherr trägt man die Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die ordnungsgemäße Planung und Durchführung der Bauarbeiten sowie die Sicherheit auf der Baustelle. Der Bauherr ist verantwortlich für die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Dies umfasst Baugenehmigungen, Bauanträge und andere behördliche Genehmigungen, die für das Bauvorhaben erforderlich sind. Verstöße gegen diese Pflichten können zu rechtlichen Konsequenzen führen. Der Bauherr ist verpflichtet, die finanziellen Mittel für das Bauvorhaben bereitzustellen und die vertraglich vereinbarten Zahlungen rechtzeitig zu leisten. Dies umfasst die Zahlung von Baukosten, Honoraren für Planer und Architekten sowie anderer beteiligter Parteien. Die Nichterfüllung dieser Verpflichtung kann zu Verzögerungen und rechtlichen Streitigkeiten führen. Der Bauherr ist ebenfalls dafür verantwortlich, dass die Planungs- und Bauleistungen den vereinbarten Vorgaben entsprechen und den geltenden Normen und Standards genügen. Da du das als Bauherr jedoch nicht alles wissen kannst, holst du dir Unterstützung. Du als Bauherr trägst die Verantwortung für die Auswahl der Planer, Architekten und Bauunternehmen sowie die Überwachung der Bauausführung. Der Bauherr ist ebenfalls verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit aller Personen auf der Baustelle, einschließlich der Arbeiter, Besucher und Dritter. Er muss alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um Umfälle und Verletzungen zu verhindern und die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sicherzustellen. Der Bauherr trägt auch eine gewisse Haftung für Mängel und Schäden am Bauwerk, insbesondere wenn der Bauherr an der Planung beteiligt ist oder bestimmte Materialien oder Bauteile vorgibt. Kann er zur Verantwortung gezogen werden, wenn Mängel auftreten oder Schäden entstehen. Die genaue Kenntnis der rechtlichen Verantwortlichkeiten und Pflichten ist für Bauherren unerlässlich, um rechtliche Risiken zu minimieren, die ordnungsgemäße Durchführung des Bauprojekts zu gewährleisten und potenzielle rechtliche Konflikte zu vermeiden. Die Haftung des Architekten und Planers erstreckt sich über verschiedene Phasen eines Bauprojekts, angefangen von der Planung bis zur Fertigstellung des Bauwerks. Diese Fachkräfte tragen eine beträchtliche Verantwortung für die Einhaltung von Baustandards, die Qualität der Planung und die Erfüllung der Anforderungen des Bauherrn. Der Architekt oder Planer ist verantwortlich für die sorgfältige Planung und Ausführung aller Bauleistungen, gemäß den Vorgaben des Bauherrn und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dies umfasst die Erstellung von Bauplänen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen, die den technischen und ästhetischen Anforderungen entsprechen. Der Architekt oder Planer trägt die Verantwortung dafür, dass die erstellten Planungsunterlagen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und die erforderliche Qualität aufweisen. Dies beinhaltet die Berücksichtigung von baurechtlichen Vorschriften, Sicherheitsstandards und ökologischen Aspekten während des Planungsprozesses. Im Falle von Planungsfehlern oder Mängeln kann der Architekt oder Planer haftbar gemacht werden, insbesondere wenn diese Fehler zu Schäden am Bauwerk oder zu Verzögerungen führen. Der Architekt oder Planer ist verpflichtet, eine angemessene Sorgfalt bei der Planung anzuwenden und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu berücksichtigen. Während der Bauphase ist der Architekt oder Planer oft mit der Überwachung der Bauausführung beauftragt. In dieser Funktion trägt er die Verantwortung für die Einhaltung der Planvorgaben, die Überwachung der Bauqualität und die rechtzeitige Erkennung von Abweichungen oder Mängeln während der Bauarbeiten. Sie sind ebenfalls verantwortlich für die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften, Normen und Standards während des gesamten Bauprozesses. Er muss sicherstellen, dass alle Planungs- und Bauleistungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden. Ein sehr wichtiges Thema bei jedem Bauvorhaben, wenn es mal zu Schäden oder anderen Punkten kommen sollte, was man natürlich nicht hofft. Trotzdem sollte man die Grundlagen kennen, damit man vorbereitet ist. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen oder ein Abo freuen. Ich danke dir fürs Zuschauen.